Das letzte Haus hat kein geringeres Ziel, als die Zukunft der Demokratie zu erforschen. Wenn Plan A und B nicht klappen, hat das Alphabet noch 24 weitere Buchstaben zu bieten. Willkommen bei der Assoziation. Hier kannst du diese Anlage völlig entfalten. Jetzt bei der folgenden Erfahrung geht es nicht darum, das richtig zu machen oder falsch, sondern es geht schlicht und einfach darum, den Versuch zu wagen und zu schauen, was es gibt. Sie werden gleich den Auftrag eines nichtmenschlichen Lieblingses angehen, um ihm im Parlament eine Stimme zu geben, um seine Interessen im letzten Haus zu vertreten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017